Kratzer. Oh, das war knapp. Es macht Geduld. Es macht Geduld. Ist ja ein geduldiges Medici. Aua. Pokéball, flieg! Medici wurde gefangen. Iiii! Upsa. Ich mache ihn wieder auf 200. Medici, wie jetzt? Und schon zieht Paiki vorbei. Oh, ist das langsam. Ist das langsam. Ist das langsam, so kann ich nicht spielen. Ich bin nicht mehr gewohnt hier. Fick dich mit deinem Scheiß ausweglos. Ich habe Knacklion so gefressen. Das hat bei dir ausweglos. Ich habe noch keinen Knacklion gesehen, was das konnte bei mir. Echt? Das hat bei mir dauert. Ich hatte erst zwei, die das nicht haben. Nö. Das ist gar keiner. Ist ja eingesetzt. Hallo, meine Pucks. Wo seid ihr denn? Ich möchte euch sehen und ich möchte ein Zwierlicht. Nein, rabeu. Ja, das war. So gerne. Ein Mach-Romei, ein Mach-Romei. Ey, jetzt reicht es aber langsam hier. Knacklion, ausweglos. Schon wieder. Quapse. Wenn das wenigstens sich so oft kommen würde, dieses Kackvieh. Ja, einige, die hast du echt gefressen. Ihr Knacklion, Skarabon, Quapse. Jo. Wobei Skarabon ist nicht mal so sehr. Okay, ich merke gerade, wir sind auch schon im zweiten Part. Ich hab noch immer nicht alle. Ditto. Ich habe alle, aber ich trainiere noch ein bisschen. Wie sieht's bei dir aus, Dora? Mir fehlt immer noch Zwierlicht, sonst hab ich alle. Oh, ich kann kein Schlecker mehr. Das ist schlecht. Da muss ich mich eben heilen. Nicht Knacklion! Wenn ich doch einmal ausweglos lese, dann heulich. Bitte, bitte, bitte. Nein! Nein! Schuppelt, den dreist... ...defehlteiler. Der ist ja nicht für immer. Der ist ja nicht für immer. Doch, den hat Schuppelt jetzt geklaut, der ist weg. Ja, super, es geht wunderbar los hier. Kriegt ihr denn im Spiel überhaupt her? Ja, das ist eine Frage. Bei der Lotterie kriegt man doch einen. Nee, da kriegt man einen zweiten Meisterball. Kriegt man da auch noch einen EP-Teiler? Ja, da kriegt man auch einen EP-Teiler. Ich glaube, bei drei Richtigen, bei vier kriegst du, glaube ich, Meisterball. Scheiß Hyperspeed, nur weil ich mich verklickt habe und Energiefokus gemacht habe. Da hat man schon mit Raub gemacht. Ja. Ja, du kriegst ihn ja wieder. Nee, bei Raub... Bei Raub nicht, bei Abwurf. Bei Abschlag, der hat Abschlag gemacht. Guck mal, Inventar. Oder dein Puck hat das jetzt wieder drauf nach dem Kampf. Ja, muss der. Ja, das ist nicht weg. Ach nee, doch, 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 ist noch da, ist noch da. Seiner. Wer die Höhe. Wie geil das wäre, wenn der soll die P-Teiler weg wären. Wie ungeil. Was würde ich lachen. Oh, Abschlag. Witzig. Oh, Leute. Das ist der Nachteil. Wenn... Einiges Jahr... Ich hab schon recht, eins der Pucks muss das letzte... Ah, da ist es! Das wäre echt, oh Gott. Überlebt das ein Schlecker? Ja, es überlebt ein Schlecker. Oh, ist kein Nachtnebel. Du, ist ja ein geiles Sau, du. Das will ich jetzt. Ja, komm. Kriegen wir das mit dem Primärball? Meins da. Ja, gefangen. Ja. Erst ein Primärball, ja. Das war nice. Jetzt kann ich auch wieder auf 200 zurückstellen, meine Freunde. Oh, da ist auch ein Zwirnicht. Schön. Ja, es war so klar, es war so klar, es war so klar, es war so klar, dass ich hier nicht vorankomme. Ich werde niemals so ein Spiel gewinnen, ey. Nie. So, jetzt werde ich mir mal nachgucken. Bei meinen sechs Pucks. Das Wesen. So, Wesen-Forsch hatten wir gesagt, genau. Minus, äh, plus Spezialverteidigung, minus Initiative. Mein Ninja-Turm ist hart. Plus Angriff, minus Spezialangriff. Das ist gut, der ist ein physischer Angreifer. Zobiris Robust. Was ist denn Robust? Robust ist neutral, na, okay. Schuppet ist auch hart. Oh, perfekt. Schuppet ist auch ein physischer Angreifer. Nice. Das ist echt immer so ein Glück. Ich wette, ich habe gar nicht richtig Probleme damit. Traunfugil ist froh. Froh ist... Plus Initiative, minus Spezialangriff. Das ist in Ordnung, ist zwar... Aber Traunfugil ist nicht so der Angreifer. Nee, das ist ein physischer. Ach, ein zwingischer. Und Zwirlicht ist mäßig. Plus Spezialangriff, minus Angriff. Alter, besser geht's ja gar nicht. Alter, du ein Lack. Wobei vielleicht bei Zwirlicht besser gewesen wäre, ähm... Spezialverteidigung, weil das eine Wall ist. Aber okay, damit kann ich leben. Meine Freunde, ich habe mein Team. Und wie habe ich es genannt? Shadow. Ninja Turma ist Hülle. Einfach Hülle. Zubiris ist Golden Eye. Schuppet ist Marionette. Traunfugil ist Lady. Und Zwirlicht ist die Leere. Yay, awesome Team. Äh... Wo ist mein Machomai? Ich habe auch noch keins gesehen. Nee. Jetzt hier... Garantiert ganz unten. Ganz unten gelandet. Nein, ist er nicht. Wen trainiere ich denn als erstes? Meine Hülle habe ich schon. Fick dich ausweglos! Ich kann's nicht mehr lesen! Booyah! Da freut er sich. Alter! Na ja, wir gehen mal ein bisschen Shadow trainieren. Trainierst du erst noch meinen Willen oder solltest du direkt bei den Trainern? Ne, man kann eigentlich... Ja, ich nehme jetzt die Trainer hier mit bis zur Stadt, aber eigentlich kannst du besser, äh... Besser bei den Wilden trainieren, wenn du da so ein Scarabon oder Machomai siehst, gibt viel mehr Erfahrung als... Ja, ich werde auch erstmal alle so Level 8 zu nehmen und dann werde ich weiter trainieren, weil ich hab keinen Bock jetzt die ganze Zeit hier mit Trainern zu verbringen. Nee, bloß nicht. Ich will auch ein bisschen. Ich bin auch mit EP-Teiler. Ein bisschen trainieren, einen nach vorne und den anderen auch noch trainieren. Ein bisschen gleichzeitig. Ist das gut, ähm... Ich muss alle sich ein bisschen wehren können. Ich schicke zu viel, ich schicke zu viel. Dann. Blutsauger. Blutsauger auf Ninjatum ist auch doof, ne? Ich kann ja keine, äh... Level 8. Keine... KP regenerieren, sowas. Eben. Das sieht ja auch aus. Höhle Level 7, 1 KP. Gut, dass das kein Nass-Lock ist, sonst hätt ich ein Problem mit meinem Ninjatum. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr. Fick dich, Knacklion, du bist scheiße. Nochmal, Knacklion. Äh, dir fehlt aber jetzt auch nur Machomai, oder? Ja! Ey, nicht Blubber auf meinen Gengar machen. Ist unfair. Weißt du, wenn man auf den Gengar einschlägt... Oh, jetzt hat er Horrorblick gelernt. Cool. Mein... Mein King Bock macht momentan die ganze Arbeit hier. Mit dein Zidra-King? Jo. Nice. Äh, gegen den möchte ich einsetzen. Ja, Unlecht, ne, ja, Pfiff hier. Das ist natürlich ein kleines Problem. Selbststate! So schnell kann's gar nicht gucken. Wie lange dauert sowas denn? Ja, macht doch Selbststate. Hab ich schon längst. Ich muss ja weise mal ein Pokémon einwechseln. Weil, äh, mein Toro, also mein, ähm... ...dürfen sie alle trainieren. Also ich will ja nicht, äh, rummotzen, aber für mich versteht sich das von selbst. Man weiß es nicht. Ja, aber, äh, also die Idee gerade, die Pokémon ganz am Anfang zu kriegen, ist halt, wirklich mit sechs Pokémon von einfach an trainieren und, äh, dann sieht man eigentlich schon, dass man so levelmäßig eigentlich gar nicht so hoch kommt. Wenn man alle regelmäßig trainiert, aber gleichmäßig, nicht wenn man jetzt die ganze Zeit Flemly gegen wilde Pokémon kämpfen lässt und dann die Bilder einer ganz am Anfang bei Flemly lässt, ne, dann ist klar, dass irgendwann Flemly Overpower ist. Hätte beinahe geklappt, was soll denn da, jetzt... Geh da rein! Geh da rein! So, Machomei wurde gefangen. Und der bekommt einen ganz epischen Namen, dem wird der Jural auch gefallen. Und zwar taufe ich dich, meinen Sohn, auf den Namen... P. Ness. A. I. N. Hey! Nice. Es war nämlich harte Schmerzen, den Wixer zu kriegen und ab jetzt kann ich auch mit 200% spielen. Wuuu. Es war ein... Oh, reit auch. Auf jeden Fall, da kommst du gut voran mit. Da, 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 da. So, Pokes, also, Durang, kannst du mal kurz eine Liste bereithalten für mich? Warte. Ja, sag an. So, mein Flemly, genannt Toro, hat das Wesen mutig. Mutig ist Plus Angriff Minus Initiative. Sau geil. Das ist für Flemly nicht schlecht. Mein nächstes, Kacho, Makuhita, Wesen, locker. Locker ist Plus Verteidigung Minus Initiative. Na, okay. So, Makuhita auch nicht verkehrt. Äh, Quapsel, Wesen, genannt Spiral oder Spiral, je nachdem was man bevorzugt. Wesen hastig. Aha, hastig. Plus Initiative Minus Verteidigung. Okay. Kann ich mit leben. Starborn, auch genannt Herakles. Wesen Lush. Ähm, Lush. Plus Verteidigung Minus Spezialverteidigung. Ja, gut. Der hat eh nicht so die gute Spezialverteidigung. Oh, das ist ja cool. Psych, mein Mediti, Wesen, froh. Froh ist da. Plus Initiative Minus Spezialangriff. Ah, schade. Oh, er ist der physische Angreifer. Ja, aber für Psychokinese ist es ein bisschen doof. Okay. Das stimmt. Und jetzt mein letztes und mit Abstand, glaube ich, sogar in den Stats, mit Abstand mein Stärkstand, mit jetzt schon 19 Angriff. Wesenfrech. Ähm, frech. Plus Angriff Minus Spezialverteidigung. Boah, ho, 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 nice. Gut, gut, gut. Das bin ich arzt. Äh, kannst du doch bei mir eben auch gucken? Selbstverständlich. Okay. Sag an. Ich bin jetzt hier gerade mit Heiko. Ich bin Seedra gegen, äh, Robust. Robust ist neutral. Okay. Wölkchen-mäßig. Plus Spezialangriff Minus Angriff. Plus Spezial Minus Angriff. Ja. Okay. Ist ein Warblo, oder? Ja, Knackleon. Ähm, ach, ja, äh, still. Knackleon ist still. Plus Spezialverteidigung Minus Angriff. Ja. Äh, noch ein Knackleon. Ähm, ruhig. Äh, ruhig, 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 ruhig. Da. Plus Spezialangriff Minus Initiative. Alter. Ein, ein Knackleon hat Angriff 25 und andere 18. Ein Levelunterschied. Äh, ein Knackleon. Äh, das ist ein Knackleon. Das ist ein Knackleon. Das ist ein Knackleon. Das ist ein Knackleon. Ja, fast. Und, ähm, ja, noch mal ruhiges Angriff plus, ne? Äh, ruhig war, ja, Spezialangriff plus. Initiative runter. Okay, und dann noch mal robust war... Robust war neutral. Okay. Ich hab' keinen neutralen Typ bekommen, nochmal, aber ich hab' ich ja mindestens drei Punkten mit neutralen Typen drin. Aber bei den Macho habe ich mir Ultra-Glücksgriff gezogen. Ich hab' auch keinen Bock ab, mir ein neues zu fahren. Äh... Ich muss mir merken, Kindwur mit Biss kann meine, äh, meine Hülle töten. Best. Ein armes Ninja-Turm. Das hat keine Freunde. Das ist tot. Schon wieder? Das heißt, schon wieder, das ist das erste Mal. Schon wieder? Ich dachte, vorhin auch schon mal. Ninja-Turm, ne. Der Blöde ist nur gerade Bar-Blue... Heraklitz, er lernt Horn-Attacken. ... und sehr viel Erfahrung. Das stimmt, das sind sowieso bei Drachen, äh... Wird das noch lustig. Aber überleg mal, hat er einen Brutalander? Das ist ziemlich nice. Er ist auch 55, mein Freund. Ja, aber trotzdem... Er ist 50. 50, ja stimmt, Tragoran war 55. Ja, hallo? Glaubst du, der kriegt das bis zur Liga? Bei Liga, ne? Ziemlich blöd, ja. Und lass uns auch auf einem Mindestlevel einigen, dass jeder mit 55 mindestens... Nö, Quatsch, so wie es ist. Ich warte doch nicht, bis irgendjemand 55 ist. Das ist halt schwierig, Paiky wird seine höchste Evolution wahrscheinlich erst in der Liga haben. Es sei denn, er trainiert gut. Und clever. Ja, Paiky und clever. Verdammt, Knackler und kann ja auch bis! Hey, das war die Rache dafür, dass du vorhin so gehässig warst! Wieso? Was ist denn passiert? Was gemeint zu mir? Noch gar nicht. Wohl! Ich hab Zeugen im Internet, auf YouTube, die Community steht hinter mir! Was meinst du denn? Hier, wo ich so rumgeheult habe und du so... Nahahahahahaha! Mann, sch... Ja, genau das! Stinker, das gibt's halt! Ja, die mich nicht dran erinnern! Das war nicht schnett! Ich sollte mal eventuell aber erst mein Medity trainieren, anstatt mein Starborn, weil das kann auch gar keine Attacken! Das kann nur Meditation und Geduld! Voll geil! Ja, super, super geil! Ah, wir sind ja nur zum Spaß hier! Das ist ein Wettbewerb! Das kann nur nicht zum Spaß hier! Rüe will gewinnen! Aber sowas von! Wenn Rüe nicht gewinnen, dann ist er böse! Hier ist ein paar Seiten der Süperlar! Dann bringe ich mich um! 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 Dann hat jemandem Tod auf dem gewissen Grund, die da blieben! Ja! Ich glaube, ich schaff das! Du auch nicht! Oh, lau aber mich doch nicht hier mit der Arena voll arbeitete mein Vater, du Dreck sagt! Ich weiß es doch! Ich muss noch ein bisschen leveln! Ja, ich hab' da auch noch! Oh, lau aber mich doch nicht hier mit der Arena voll arbeitete mein Vater, du Dreck sagt! Was natürlich auch ein bisschen lahm ist, aber... Oh, der Fly ist kein Fall! Exactly! Oh, Halko! Du hast keine Pokémon! Du hast mein tiefst empfundenes Mitleid! Du voll Spaß! Flucht unmöglich! Meinst du? Hättet ihr? Das war jetzt die richtige Entscheidung, Schuppet!